Was wünscht dir? Ah, Gott. Servus. Grüß Gott. Was gibt's? Du, ich will drehen die 6. Sommersperger-Session. Dass wir dich anheißen. Wann machen wir dich? Ich hab's befürchtet. Ich hab's befürchtet. Ich bin nicht so motiviert. Nach dem Januar war es voll anstrengend. Es war voll die coole Party. Und jetzt noch eine Sperger-Session. Aber ja, wir müssen fast eine machen. Ich finde auch, wir müssen eine machen. Ich hab auch drüber nachgedacht. Ich spüre es auf meine alten Knochen. Das Zeug, aber drum zu einem ist Zeug. Aber was hältst du auf? Wir machen auf jeden Fall Sommersperger-Session. Am Pool, wie immer. Aber das ganze schwere, lauter Instrumenten-Zeug und Tontechnik-Zeug lassen wir oben vor. Lassen wir einfach im Proberaum. Genau. Warte. Gute Idee. Gute Idee. Okay, ja, meine Motivation steigt gerade. Meine Motivation steigt. Und jetzt kommt's. Wir machen eine Akustik-Spreger-Session. Am Pool. Voll cool. Voll cool. Mit leise Gitarren. Genau. Nichts Verstärktes. Mit akustischen Gitarren. Mit einem akustischen Boss. Mehr fällt mir nicht ein. Zamborin. Tamporin. Vielleicht ein Cajon mit. Oh ja. Ich hab sowas nicht. Meinst du, bist das wirklich du auf der anderen Seite? Ja, ja. Es ist soweit. Ein Cajon. Ja, also was hältst du davon? Ja, nein, grundsätzlich bin ich voll dabei. Aber was ist, wenn du schier gehst? Ja, wenn du schier gehst, dann... Ja, das sieht man sich jetzt so sagen. So wie zufällig in den letzten fucking drei Jahren. Genau, so wie alle Jahre machen wir es dann. Ja, passt. Okay, passt. Hast du mich überzeugt. Okay. Ja, hey, wann ist denn Zeit? Das ist noch die Frage. Ja, noch vor dem Urlaub einmal. Vor dem Urlaub. Stimmt. Ich schau gerade in meinen Kalender. Also wenn ich dann Hockenstadt bin und bevor ich Urlaub habe, das wäre Anfang Juli, da ist es eh eigentlich verlässlich schön. 1. Juli passt, oder? Genau, Samstag, 1. Machen wir es am 1. Juli? 1. Juli. Passt. 1. Nachmittag einfach. Top notch. Wenn sie in der Sonne schünen, wenn sie spielen. Ja. Geil. Poolbaden. Pool ist eh schon einlassen, oder? Ja. Alles. Tippitoppi. Tippitoppi. Ja, geil. Ja, cool. Dann freue ich mich. Wie sehen Sie am ersten? Jawohl. Dann sehen wir sie. Und vielleicht auch ein paar Leute. Lachen wir noch ein. Lachen wir ein paar Leute, oder? Ja. Vielleicht schauen wir vorbei. Hadi. Jawohl. Dann. Auf bald. Tschüssi. Bussi. Tschüssi. 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 Yeah!